Ich zeige euch nun, wie ihr zum Grillprofi werdet. Beim Fisch habe ich mich für ein Fälschchen entschieden. Ein regionales Produkt aus heimischen Gewässern. Dieses wird filetiert, enthäutet und kommt in eine Marinade mit asiatischem Touch. Die kleinen Filets können uns am Rost anbrennen. Deshalb werden sie aufgespießt und somit passiert uns nichts.